Ich verdanke meinen Erfolg im Grunde meinem Vater. Er war so knallhart, dass mein Bruder und ich überhaupt erst auf bestimmte Ideen gekommen sind. Wir haben uns eine Kamera besorgt und unseren Alltag gefilmt. Oh je! Jake, du musst den Abwasch machen! Oh nein, ich kann das nicht machen. Nein, ich kann das nicht machen. Ich wurde in der Finsternis geboren. Wir haben viel YouTube geguckt und aus Langeweile Videos nachgedreht und Comedy gemacht. Das Sneesen! Sie bekamen um die tausend Aufrufe, was viel war. So viele Schüler gab es auf meiner Highschool. Wir wurden langsam bekannter. Was machst du da? Ich kann da auf den Kopf. Hör auf, ist dir der Wald etwa wichtig? Logan hat gesagt, wo es lang geht. Er war der Anführer unseres Zweimann-Teams und hatte das letzte Wort. Er war mein Vorbild. Ich wollte, dass er stolz auf mich ist und denkt, was für ein cooler kleiner Bruder.